Hoch, schießen und Butterfall in die Mine rein. Oh Mann ey. Jo, bestens. Ja, so halbwegs. Ich finde ja echt, dass die Sounds oder auch die Musik hier manchmal echt super gut platziert ist. Ja, oder auch einfach viel zu oft dasselbe hintereinander spielt. Ja, dein Lieblingslevel, ich weiß. Ja, das ist ja zum Glück schon vorbei. So, und wir zurück austricksen hier, damit ich dann dagegen laufen kann. Ich freue mich ja schon, wenn du es irgendwann mal als letztes Level schaffst mit den super nervigen Gegnern. Okay. Ja, okay, das ist noch eine kleine Reise. Ah, jetzt hat er ihn gedrückt, geht doch. Wir sind ja gerade beim dritten Level, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis ich da bin. Das Spiel hat nur sechs. Oh, okay. Wir sind also schon bei der Hälfte. Sehr schön. Wow. Das ist natürlich nice, also ja, sag ich nicht nein zu, ne? Ne. Nur jetzt sollte ich natürlich dann auch so spielen, dass es nicht länger als 30 Parts wird, das Spiel. Also ich, ich habe glaube ich 18 gebraucht für das Spiel und ab Part 12 war ich im letzten Level. Ja, das letzte hatte ich auch noch nie geschafft, außer in der Aufnahme. Okay. Jetzt habe ich das nie gepackt, weil das war mir einfach immer zu schwer, weil da so nervige Gegner sind. Okay. Die wirst du auch noch Spaß haben. Ja, dann werde ich da mich frohlockend drüber freuen, irgendwie. Ach ja, ich fühlgst du dich da ja besser als ich. Ja. Ich muss ja auch dazu sagen, ich habe das Spiel auf Easy gespielt. Ich glaube, wir spielen hier gerade auf normal, ne? Ja, du hast bisher die ganze Zeit auf normal gespielt. Kannst du nachgucken, wenn du Select ins Menü gehst und dann, ich glaube, wenn du die B-Taste oder so gedrückt hältst. Ja, normal. Ja. Oh, klasse. So, jetzt machen wir mir nur einen auf Profi hier, würde ich sagen. Ende mit Kindergarten hier. Ja. Vielleicht solltest du lieber doch noch mal zurückgehen oder ein Schild aufladen. Da sind zwei Wachen, die warten auf mich, ich werde nicht zurückgehen. Okay. Ich werde das jetzt hier durchziehen. Machst du ein Safe-State, ne? Nein, ich mache kein Safe-State. Du, jetzt ist er an seiner Ehre gepackt. Was? Jetzt ist er an seiner Ehre gepackt. Ich kriege jetzt keinen Schluck auf, oder? Oh doch, bitte. Mitten in der Aufnahme. Wäre praktisch. Nee. Oh, doch. Dann wirst du wahrscheinlich auch dem Sigi das sagen und er wird sich das Ganze dann jeden Tag 20 Mal angucken. Klar, ich werde ihn direkt gleich anschreiben. Online müsste er ja noch sein. Eben gefallen werde ich ihm nicht tun. Sondern nur ein einmaliger Riggs. Ja. Ja, alles klar. Oh, nee. Okay. Noch ein Treffer und dann ist... Oh, das war... Glaube ich nicht. Äh... Boah, ist nochmal gut gegangen. Ja, ist klar. Äh... Ey, hier waren wir ja schon. Ja, sag doch sowas nicht, ey. Du musst doch deine Zuschauer überraschen. Ja. Ja. Unerwartet, ne? Auf jeden Fall. Na komm, in die Mine rein. Sehr schön. Und nur, dass sie ihm das nix ausgemacht hat, weil er noch in dieser T-1000 Form war. Ja. Äh... So, runter hier. Oh, feige Bastarde. Weg. Weg. Oh, Glück gehabt. Ohohoho. Jetzt will ich's wissen anscheinend. Ja, jetzt... Jetzt... Alle guten Dinge sind drei. Jetzt packt er alles. Ja. Ich geb jetzt hier richtig Vollgas. Full Throttle. Ja, genau. Volltrottel. Ach, der Hahn ist übrigens wach. Haha. Ja, wird Zeit mal wieder den Schlüsseldienst anzurufen. Ja. Wow. Ja, ich treff die nicht, wenn ich haue. Ist schon klar, mein Freund. Nein. Es läuft so. Es lief gut. Es lief gut. Und dann kam diese Scheiß-Drohne. Haha. So, erstmal schön drüber weggesprungen. Na, nicht dran vorbeilaufen. Auch schon laufen die Mine. Nein. Oh. Roll in die Mine. Haha. Sag die drei Worte. Haha. 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 Ja. Ja, komm. Schubs mich in die Mine. Haha, oder du schubs dich selbst in die Mine. Ich Olivia. selbst noch getötet ja weil die idee der die sonder hat ihn getroffen willst den einen treffer nicht noch eben wieder aufladen ich bin gerade in der nähe deswegen sage ich sie der könnte sich noch als dein lebensretter erweisen höchstwahrscheinlich sogar bei mir ja habe ich habe ich auch gleich drei stück ja auch ja schöne mine übrigens die killen sich mal wieder gegenseitig oder mich jetzt mindestens ein haben sie weggesprengt und okay zurücklaufen wir haben zeit mensch sind ja gerade mal 20 minuten ja genau mittlerweile haben sich die zuschauer gerade mal erst an dieses level gefühlt die sind's gewohnt von mir also daher wenn die bratwurst verspielt dann muss es einfach tode geben grundsätzlich wenn es keine gegner sind bin es ich ja denn die drei worte kommen doch nein diese drei worte kommen nicht und genauso wenig wie sie in ninja gehalten gekommen sind ja in ninja geilen hattest du auch nur ein leben ja wir können ja auch noch von ninja geilen spiel machen so sind nicht kannst du auch gleich noch anfangen battletoads zu spielen ja ist klar ich heiß nicht sanno der bayer mit dem dicken eier mit dem übrigens heute einmal kurz geschrieben wo wurde denn denn er weiß auch nicht so ganz wo er hin ne kannst du gar nicht er kann nur noch links und rechts die auswahl nicht ganz zu groß scheiß 2d welt war ja das ist gerade schon scheiße gelaufen. Vorsichtig ist der Mann jetzt. Ja. Schlag doch, du Trottel. Ja, ey. Ja, nö, ist klar. Oh nein. Jetzt verspielt er wieder alles. Meine Fresse. So. Gehen wir mal hier nach oben. Da können wir nichts falsch machen. Ja, er sucht mich. Ja, nö. Wenn er so auf dich zukommt, solltest du halt nicht geduckt sein, sondern aufrecht stehen, weil dann kannst du ihn selber mit der Waffe hauen. Ja. Oh nein, nee. Oh Mama. Das ist nicht wahr. Ich trau mich gar nicht mehr weiter zu gehen. Ja. Ich glaube, wir sollten es erleißen, bis ich mir bessere Skills gekauft habe. Was soll man dazu noch sagen? Gar nichts. Am besten Kopf schütteln. Komm, ich schaffe es. Willst du nicht hochkommen, oder soll ich da runterkommen? Ich weiß nicht, dass du dich noch... Oh. Komm, schieß. Oh, meine... Ja, weil steckst du auch die Waffel da wieder so nach oben. Da kann er nicht schießen. Ja. Soll es so schnell geduckt runter und dich dann nach vorne rollen, damit du durch diese Öffnung durchkommst. Oh, ein Safepoint. Jetzt musst du nur noch diese beiden Drohnen erledigen. Dann öffnen sich die beiden Türen da. Ja, dafür muss die Drohne erst mal kommen. Ja, ich glaube, die hatte ich jetzt gar nicht so aus dem Schirm und die kommt da gar nicht durch. Ja, das habe ich jetzt... Oh. Dann halt erst die... Komm. Runter. Tot. Wuhu. Aber du hast ja gespeichert, ne? Ja. Mit Null-Shield. Ja, irgendwann musst du die beiden nochmal schaffen, ohne getroffen zu werden. Ich sage mal ja, aber nur mit Glück. Ich lauf mal genüsslich weiter. Kannst du theoretisch ja mal eben nochmal schnell speichern. Ja. Damit du nicht jedes Mal wieder die Drohnen einmachen musst. Ach, hätte ich dir... Würde ich jetzt nicht hier sein, die die ganzen Tipps geben, oh mein Gott. Wenn du nicht da wärst, dann wäre ich nicht mal annähernd so weit jetzt im Spiel. Ich glaube, ich hätte es sogar noch irgendwann abgebrochen. Ja. Hättest ja auch bei mir immer reinschauen können. Ja. Ja, nee. Nee. Bitte lass da jetzt irgendwas sein, um mein Schild aufzuladen. Oh, das ist eine fiese Stelle. Ja, weil mich diese Kanone direkt anguckt. Ich traue mich gar nicht weiterzugehen. Du musst am besten mit... Ja, am besten dich genau unter die Plattform da rollen. Ich glaube, wenn du rechts lang gehst... Du musst da so stehen, dass du genau unter der Plattform gerollt bist, dass du dich dann nach einem Laserschuss sofort hochziehen kannst. Das war nichts. Also ein weiter und dann... Ja. Naja, das war schlechtes Timing. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Das ist direkt so, nachdem das Laserprojektil da in der Wand eingeschlagen ist. Sofort hoch. Ja. Ich weiß noch nicht, aber gehe ja erst da nach rechts. Guck mal, was da ist. Ich weiß das nicht mehr genau. Ob da nicht... Nicht, dass da nachher irgendein Schalter ist mit...